Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch. Heute haben wir uns zusammen getroffen, um eine neue Serie zu besprechen, die heute gestartet ist. Und zwar rede ich über die Serie Wonder Vision. Zwischen, wer wir sind, das bin erstmal ich, natürlich, der Sam. Der Esel nennt sich mal als erstes. Dann ist der Patrick hier an meiner Seite. Servus, Patrick. Hi. Und als Gastsprecher haben wir heute Stu. Servus, Stu. Hallo zusammen. Genau. Und wie gesagt, wir haben die Wonder Vision uns jetzt angetan oder angeschaut und besprechen heute so die ersten zwei Folgen. Sollen wir direkt loslegen oder habt ihr noch irgendwelche Movie-Trivia über Wonder Vision, wo ihr loswerden wollt? Der Titel Wonder Vision besteht aus den beiden Namen der Hauptdarsteller, also Hauptprotagonisten. Und wieder was gelernt. Und es heißt nicht Wonder und Vision, sondern Wonder Vision. Also das ist auch schon mal ein Wortwitz, dass es vielleicht eine Vision von Wonder sein könnte. Genau. Und da triffst du eigentlich schon fast, wenn man die Bücher natürlich gelesen hat oder die Comics, da gibt es ja eins, das House of, wie hieß das, House of M, genau. Und da ist es eigentlich im Prinzip das Gleiche. Nur haben wir hier jetzt natürlich im MCU eine, sag mal, ein bisschen andere Variante. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf die erste Folge drauf ein. Die erste Folge fängt natürlich mit der, naja, Hochzeit nicht, sondern die Ankunft von dem Ehepaar Wonder und Vision bei sich zu Hause. Das Ganze spielt ungefähr Anfang der 50er. Und so wie ich das jetzt empfunden habe, fühlt sich das so wie eine 50er-Sitcom an. So mit eingespielten Lachern und so kleine Gags und so. Ja, definitiv. Also sie haben auch wirklich sich sehr darum bemüht, dass dieses Setting oder der Look sich wirklich auch so anfühlt wie so eine echte Sitcom der 50er-Jahre. Es ist schwarz-weiß, das Bildformat stimmt, du hast schon den Love-Track erwähnt, dann der Applaus vom Publikum und auch der Humor, den sie da wirklich auffahren, ist wirklich, also im positiven Sinne antiquiert. Sodass ich jetzt schon mal sagen kann, dass ich wirklich Spaß dabei hatte, einfach so eine Sitcom-Folge zu gucken vor so einer ganz alten Sitcom, wo natürlich mehr hinter steckt. Aber ich finde, dass sie dieses, ich nenne es mal Mimikrie, wirklich herausragend gut hinbekommen haben. Vor allem jetzt nach diesen ganzen Marvel-Bombasts ist es jetzt wirklich schön, wie sie die Erwartungshaltung unterlaufen und einfach so komplett bei Null anfangen. Aber es schimmert immer wieder durch, da könnte tatsächlich mehr dahinter stecken. Das fand ich auch wirklich nett gemacht. Ja, ich fand, es hatte auch irgendwas Erfrischendes. Ich meine, jetzt wegen Corona hatten wir wirklich eine verdammt lange Pause an Marvel-Content, also an Filmen und jetzt Serien. Und ich bin mir sicher, dass viele Fans sich von Wonder Vision vielleicht erhofft haben, dass sie jetzt so einen Marvel-Film einfach als Serienform bekommen. Und ich glaube, die könnten durchaus etwas enttäuscht sein, denn diese Gangart, nenne ich es mal, die verfolgen sie wirklich sehr konsequent bislang. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich finde halt, die Machart von der Serie erinnert halt stark an Bezaumerte Genie und da gab es noch eine. Verlieben Lucy gibt es dann noch, hätten wir noch anzubieten und noch so ein paar andere. Verlieben eine Hexe. Verlieben eine Hexe, genau. So, und daran erinnert die Serie halt sehr stark. Und ich finde auch, gerade dieser Umbruch, wie du schon gemeint hattest, finde ich eigentlich gar nicht verkehrt in dem Sinne. Weil wir hatten ja vorhin schon angesprochen, dieser Name Wonder Vision deutet ja schon was hin. Und gerade, dass es dann Anfang der 50er beginnt, die Serie, macht das Ganze... Mir fehlt das Wort. Hilft mir mal weiter. Wie könnte man das sagen? Es ist so... Das zeige ich. Ja, es ist wie eine Erinnerung. Das könnte man fast so sagen. Es ist wie eine Erinnerung, die sie so gern hätte. Und da Erinnerungen ja immer in der Vergangenheit spielen, macht es dann auch wieder Sinn, dass es in den 50er zum Beispiel anfängt. Und vor allem dieses Hitcoms von damals, die haben ja auch so ein ganz klassisches Weltbild propagiert. Also sie ist die liebende Hausfrau, er geht zur Arbeit, schafft die Kohle ran, sie lieben sich, sie sind zufrieden, sie sind glücklich. Das ist ja im Prinzip das, was sich Wonder für sich und ihren Vision ja immer gewünscht hat. Und wir wissen ja leider, wie das Schicksal von Vision dann leider endet in Infinity War war es. Genau. Vor allem das Lustige ist jetzt, dass Wonder auf einmal ihren russischen Akzent weg hat, passenderweise zu dem Setting. Da wären die Bösewichte ja durchgehend oder oft russisch besetzt worden. Und ich habe mir jetzt sagen lassen, das ist daher, dass sie bei Scarlet, bei Black Widow quasi auch ein Sprachtraining gemacht hat, um sich den russischen Akzent, durch den sie immer aufgefallen ist, wegtrainieren zu lassen. Okay, das mit dem Akzent, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Aber es wäre schon seltsam gewesen, weil Sitcom hin oder her, wenn du in den USA der 1950er Jahre als Russin unterwegs warst, das war bestimmt nicht einfach. Überhaupt nicht. Ja, gerade Anfang der 50er, da gebe ich dir recht. Was mir halt noch aufgefallen ist, dass durch bestimmte Szenen so ein leichtes Krieseln oder so leichte Bildaufsätze, ist das euch auch aufgefallen? Ja, das war bewusst. Das war so ein kleiner Blur-Effekt, da ist immer wieder die Realität angekratzt worden. Das war bewusst gemacht. Und was mir halt auch noch aufgefallen ist, dass das dann immer in den Momenten war, wo irgendein Satz gefallen ist, wo schon mal in einem alten Film oder vorangegangene Situation aufgetreten ist oder in dem ähnlichen, ich sag mal, Effekt oder Setting passiert ist. Und dann hat so leichte, das sieht man ihr aber auch im Gesicht an, wie zum Beispiel wo an dem Abendessen, ich glaube, ich greife jetzt schon wieder viel zu weit vor. Ja, aber wobei, da muss ich dich mal unterstützen. Es passiert nicht so viel tatsächlich in der ersten Folge, wenn man mal ganz ehrlich ist. Es ist halt wirklich die weitestgehend einfach so eine typische Sys-Sitcom-Handlung. Also wir sehen halt Vision in menschlicher Gestalt, wie er halt da seinen Job, ich glaube als Buchhalter, ist das halt durch seine Fähigkeiten einfach perfekt abschließt. Das ist schon irgendwie zehn Minuten, nachdem die Arbeit erst begonnen hat und dann natürlich versucht, seinen Chef zu beeindrucken, um halt befördert zu werden. Und dann gibt es halt diese klassische Storyline, ja, lad den Chef doch mal nach Hause ein, zum Abendessen. Und das passiert dann auch. Und das entspinnt halt so Irrungen und Wirrungen, als der Chef dann mit seiner Frau ankommt. Übrigens, die Frau wird gespielt von Jack Barger Rupp. Die kennen Sitcom-Fans als Kitty aus, die wilden 70er. Und beim Essen gibt es halt, wie gesagt, einige Probleme. Da lernen wir auch die Nachbarin kennen, gespielt von Catherine Hahn. Das scheint eine Figur zu sein, die durchaus noch wichtig wird. Zumindest hat Disney relativ prominent mit Catherine Hahn auch beworben, dass sie zum Cast gehört. Und während des Essens gibt es halt diesen Moment, wo der Chef sich verschluckt. Und dann wird eine Wortphrase oder ein Satz immer wiederholt. Und dann ist was sehr Interessantes zu beobachten, finde ich. Dann wechselt nämlich diese Sicht, diese statische Optik zu einer filmischen. Dann sind wir plötzlich ganz nah an diesem Essens-Tisch dran. Die Kamera wird wesentlich beweglicher. Was noch mal unterstreicht, okay, hier wird gerade die Traumwelt, die, so nehme ich an, von Wonder her rührt, ordentlich durcheinandergebracht und auch ordentlich angegriffen. Und dieses Element, dass jedes Mal, wenn diese Traumwelt attackiert wird, so nenne ich es einfach mal, dann wird diese statische Sitcom-Kamera wirklich abgelöst von einer cineastischen Kamera. Das fand ich mal ein sehr schönes Stilmittel. Vor allem bei dieser Szene ist es so, der Wein, den sie einschenkt, das ist ein Merschen-Do-Me-Pri-Wein, also Haus der Verachtung, spielt auch auf Haus of M an. Und als der Wein dann eingeschenkt wird und die Situation eskaliert, da siehst du erst mal wirklich im Gesicht von Vision ein leichtes Flackern. Und dann ist es wie so eine Schleife, wo er dann auf den Tisch schaut und dann, was ist denn hier los, was ist denn hier los, was ist denn hier los? Als wäre das so eine Platte mit einem Sprung. Ja, und ich kenne mich jetzt mit den Comics nicht so aus, aber ich habe irgendwie das Gefühl, nach der ersten Folge, dass Wonder durchaus weiß, was eigentlich Sache ist oder eine Vermutung hat, aber Vision nicht. Ihr könnt mich jetzt gerne eines Besseren belehren, aber das war so meine Einsicht jetzt nach den ersten Folgen. Das Gefühl hatte ich auch durch diese eine Szene, wo sie den Vorhang wieder zuzieht, als sie das Essen macht, weil sie will noch nicht mal, dass ihr Mann sieht, was sie da macht. Ja, ich will halt auch nicht so weit vorausgreifen. Ich weiß nicht, inwieweit die Serie noch mit den Comics übereinstimmt oder ob die Comics überhaupt da großen Einfluss, außer die Grundidee da übernimmt. Aber in den Visionen, in den Comics ist Vision auch nicht real. Also vermute ich mal, dass es hier in der Serie genau, also wir wissen ja, dass die Serie nach Endgame stattfindet. Und von daher wissen die aufmerksamen Zuschauer, denke ich mal, schon, dass es Vision eigentlich nicht mehr existiert. Naja. Wem das jetzt entgangen ist, der kann sich auch nicht wirklich als MCU-Fan outen, weil es war ja einer der Elementaren Tode bei Infinity War. Endgültige Tode, so wie Loki. Loki war ja auch ein endgültiger Tod. Aber gut. Worauf ich noch ansprechen wollte, weil wir sind ja jetzt schon eigentlich beim Esstisch. Es gab ja eigentlich diese ganze Situation, warum die ganze Sache überhaupt eskaliert ist oder nicht so, wie es geplant war. Weil sie hatten ja am Anfang im Kalender nur ein Herz gesehen. So ein Herz steht ja eigentlich für einen Jahrestag, Hochzeitstag, an dem Tag, wo man sich kennengelernt hat. Und beide wissen nicht, was das für ein Tag ist. Wo ja, wie das so genau drauf hindeutet, eigentlich, sie sind ja eigentlich gar nicht verheiratet im echten Leben. Und sie sind zwar ein Pärchen gewesen in der realen Welt oder im Film. Und da eben nicht. Es ist ja auch diese Situation mit diesem Ehering. Wenn man frisch geheiratet hat, hat man doch einen Ehering am Finger. Darüber ist ja die Nachbarin auch einmal drauf hin, so richtig schön. Und dadurch ergibt sich ja diese Verwechslung. Die Wanda geht davon aus, dass es ein Jahrestag, bereitet dementsprechend ein romantisches Essen mit romantischer Kleidung und so vor. Und er erfährt im Büro, dass dieses Herz für Hart steht. Und Hart ist der Chef von seiner Firma und der kommt zum Essen. Und da entsteht ja dieser Disput, diese Verwechslung. Und sie kommen dann auch ziemlich ins Rudern, als sie dann halt eben von dem Chef und seiner Frau gefragt werden, ja, wann habt ihr denn geheiratet? Wie war es denn so? Und dann werden sie halt eben auch damit konfrontiert, dass es dann doch nicht so einfach ist, in dieser Welt einfach so zu existieren. Es gibt halt auch dort gewisse Regeln und Sachen, die Leute wissen möchten. Und da fangen sie, glaube ich, erst so richtig an, sich diese Scheinidentität aufzubauen nach und nach. Es wird auch auf einmal nach Kindern gefragt. Und gerade bei einem Androiden. Wie soll er denn Kinder kriegen? Beziehungsweise wie sollen Androiden eine Hexe schwängern? Noch absurder. Naja, es ist immer noch das Marvel-Universum. Ich glaube, alles ist möglich. Naja, ich denke, ab Phase 4 wird sowieso der Bereich, was möglich ist, eh noch größer. Weil da kommt ja dieses Multiverse zusammen, also noch dazu. Das wissen wir jetzt schon aus dem Titel von Doctor Strange 2, dass das jetzt ins Multiverse geht. Und Spider-Man hat es ja auch schon so angedeutet im letzten Spider-Man-Fund. Und MCU-Mastermind Kevin Feige hat ja auch schon bekannt gegeben, dass Wonder Vision wohl durchaus wichtig sein soll, wenn man irgendwann später dann Doctor Strange 2 guckt. Wo ja auch Wonder vorkommen wird. In irgendeiner Weise. Wahrscheinlich wird ja da der Weg für ihre Rolle dann da geebnet. Gut, was ich jetzt noch ansprechen wollte, ist diese Werbung, wo dazwischen reingekommen ist, wie du es ja vorhin schon gesagt hast, mit dem Toaster von der Firma Stark. Ich dachte erst in dem Moment, wo das kam, hä, warum machen die jetzt eine Werbung mitten ins Geschehen rein? Nein, sollte das jetzt irgendwie so das Format, wie man es damals geguckt hat? Da kam, weiß ich, 10 Minuten Film oder Serie. Dann kam Werbung, dann kam wieder 10 Minuten. Oder wollten die auf irgendwas hinweisen? Ich glaube, beides ist richtig. Ja. Ich denke, dass das echt zusammenhängt. Weil man sieht die Werbung über einen Toaster. Der Toaster ist von? Stark Industries. Stark Industries, genau. Und dieser schrote Punkt in der Mitte von dem Toaster, der erinnerte mich stark an den, wie heißt der von Iron Man dort in der Mitte? Dieses Teil, was er sich eingesetzt hat. Dieses künstliche Herz. Das künstliche Herz. Dieser Reaktor. Daran erinnerte. Und das hat mich sehr stark daran erinnert. Und man sieht ja in der Werbung, dass es immer schnell anfängt, wie kurz vorm Herzstillstand, sage ich mal. So dit, 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 dit. Und dann ist es aus und dann kommen die zwei Toaster raus. Und da dachte ich schon, das soll irgendwie ein Hinweis sein, dass sie irgendwie gerade im Kopf, Iron Man ist tot. Das soll ich mal? Ah, das nicht. Da kommen zwei Toasts raus. Und in der zweiten Folge erfahren wir was von zwei anderen Neuigkeiten. Ich denke, da war das schon mal so eine unbewusste Verarbeitung. Im Traum verarbeitest du ja auch wirklich Informationen, mit denen du nicht viel anfangen konntest oder die dir irgendwie noch hängen geblieben sind. Und sie erinnert sich dann eben an Tony Stark und an Strucker später zurück und an solche Sachen. Und da verarbeitet sie dann solche Informationen noch. Also ich finde, beide eure Interpretationen machen total Sinn und sind gut. Und die werde ich jetzt auch, glaube ich, beibehalten. Ich für meinen Teil, der halt eben die ganzen Marvel-Filme gesehen hat, aber jetzt nicht so tief in der Materie drin ist, für den war das eigentlich einfach nur ein echt netter Gag. Weil auch diese Werbung haben sie wirklich wunderbar hinbekommen. Dieses Imitat der damaligen Fernsehzeit einfach. Also ich will ehrlich sein, gerade die erste Folge hat für mich wirklich zu 80 Prozent am besten dann funktioniert halt, wenn ich mich einfach dem hingegeben habe, dieser Imitation der damaligen Fernsehära. War das im ersten Teil, wo man schon so ein farbiges Objekt gesehen hat? Oder war das erst im zweiten? Im zweiten erst, okay. Sorry, da habe ich vorgegriffen. Die Grenzen sind da eben auch ein bisschen verschwimmend. Du kannst die beiden ersten Folgen, du wirst wahrscheinlich sagen, sogar die ersten drei Folgen, quasi als überlangen Pilotfilm zu dem Ganzen sehen, der die Situation erläutert. Und dann kann man da nach und nach immer mehr Facetten aufbrechen. Ja, ich glaube, es könnte wirklich interessant sein, wenn die Serie dann nach neun Folgen mit der ersten Staffel oder komplett abgeschlossen ist, sich dann noch mal die Folgen 1, 2 und 3 anzugucken. Ich bin mir sicher, dann erkennt man noch ganz, ganz viele andere Sachen und weiß dann auch genau, ach, deswegen haben die das gemacht. Da wollten die also hin. Wie fandet ihr denn die Gags, die sie eingespielt haben in der ersten Folge? Weil da ist mir tatsächlich auch so eine Überschneidung zu den Filmen aufgefallen. Gerade in dem ersten Gag, ich rede gerade mal einfach weiter. Ja, mach. Gerade in dem ersten Gag, wo sie in der Küche stehen und sie spült ja die Teller ab. Wisst ihr, welches? Ich meine, ja, ne? Ganz am Anfang, genau. Und Vision kommt ja reingelaufen und knallt erst mal voll mit dem Schädel gegen den Kopf. Da dachte ich schon, okay, das ist wahrscheinlich ein Hinweis, dass ihm der Kopf zerquetscht worden ist bei Endgame, ne, Infinity War. Infinity War, der knallt mit dem Schädel gegen den Teller, nicht gegen den Kopf. Ja, oh, so, natürlich. Und sie macht den Teller ja wieder ganz. Richtig. Da könnte man also darauf hindeuten, dass Vision vielleicht tot ist, aber sie am Ende der Serie vielleicht den echten Vision wieder ganz macht, also wieder lebendig machen kann. Das sind alles so Hinweise, richtig. Aber schon der erste Gag, fand ich, hatte schon so viele Hinweise, weil sie sagt auch noch, mein Mann, der unzerstörbar, oder mit dem unzerstörbaren Kopf, und er sagt dann, meine Frau, die, was war der genaue Wortlaut? Meine Frau, die, ach, ich weiß es nicht. Aber es war jedenfalls so eine schöne Anspielung auf die Filme, fand ich. Aber das ist zum Beispiel total interessant, weil da merke ich halt, dass ich da einfach nicht so in der Materie drin bin, weil für mich war das einfach so ein richtig klassischer Sitcom-Witz, halt ein bisschen halt aufpoliert, halt mit den Möglichkeiten, denen diese beiden Figuren haben, denn Wanda und Vision sind natürlich keine normalen Menschen. Wer es noch nicht gewusst hat, hier ist die Erkenntnis. Ich fand das einfach als Witz, also es ist natürlich total antiquiert und auch sehr verstaubt, also der ganze Humor hat ordentlich Staub, aber das muss er ja auch, weil sie ja wirklich versuchen, die damalige Zeit dieser Sitcoms einzufangen. Und ich fand, das war, gerade vom Humor her, hatte das einen unglaublichen Charme mit das Beste, was ich, da greife ich jetzt schon mal vor, es gibt im späteren, ich glaube ich in der zweiten Folge, gibt es einen Moment, wo die beiden halt auf so einem Dorffest eine Zaubershow aufführen. Das war mit das, eines der lustigsten Sachen, die ich in einer Serie seit langem gesehen habe. Vor allem, es gibt dann ja noch diesen Gag, als er rausgeht und dann sagt sie, Schatz, hast du nicht was vergessen? Und dann setzt sie ihm wieder sein menschliches Gesicht auf, weil er davor mit seinem normalen Vision-Gesicht rumgelaufen ist. Auch mit so einem Genie-Fingerschnipsen. Ich muss übrigens sagen, dass ich das Vision-Gesicht in Farbe immer ein bisschen seltsam finde. Das sieht immer, weiß nicht, also ich wurde da nie warm, aber in Schwarz-Weiß gefällte mir ganz gut. Da kann ich dir auch nur zustimmen. Der wirkt halt von der Farbgebung in Farbe wie so ein menschlicher Papagei oder von so einer Schulaufführung. Ja, also ich muss auch sagen, der sieht halt in Farbe so aus, als hätte ihn Tony Stark am Kaugummi-Automaten gezogen. Ist richtig. Naja, ich meine jetzt nur mit dem Teller, man hätte ihn ja auch überall anders da kaputt gehen lassen, weißt du, auf der Schulter oder er rennt mit der Brust oder tritt drauf oder so irgendwas, aber dass es gerade der Kopf ist, das fand ich halt ... Ich gehe stark davon aus, dass die das auch wirklich beabsichtigt haben. Die wissen halt schon, dass die Fans, sag ich mal, da auf solche Kleinigkeiten achten. Und das ist ja absolut okay. Also das Schöne ist halt, dass ich finde, es funktioniert auf zwei Ebenen. Das eine ist halt eben dieses Interpretative, wenn man sich halt in diesem MCU auch wirklich auskennt und sich da auch, sag ich mal, blind bewegen kann und halt eben in der Sicht eines Trottels wie mir, der einfach denkt so, hä, 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 hat die Telekort gemacht. Ich bin auch mal gespannt. Die Frau von Paul Bettany ist ja auch Jennifer Connelly und die spricht die künstliche Intelligenz von Peter Parkers Anzug. Also die beiden Eheleute sprechen jeweils eine künstliche Intelligenz. Das finde ich auch lustig, aber der nicht vielleicht auch noch einen K-Millionen-Stimmlichen verschafft hat. Könnte sein. Würde mich nicht wundern. Genau, müsste man die nachkommenden Folgen halt abwarten. Ja. Was ich jetzt halt noch dazu sagen will, weil du gesagt hattest du, dass das auf zwei Ebenen funktioniert. Auf der Ebene für Marvel-Freaks, wo halt sich in dem Marvel-Universum bewegen wie blind oder wie blinde und halt für die, wo sich eigentlich nur mit den Filmen abgegeben haben und eigentlich nicht so viel Hintergrundwissen haben. Ich habe es heute Mittag mit einem Kumpel drüber gehabt, der hat die Serie auch angeguckt und hat mir nur geschrieben, was ist denn das für ein Scheiß? Da habe ich gesagt, wie? Ah ja, das ist ja total langweilig und total öde, so wie die 50er-Jahre-Sitcoms halt waren. Da habe ich gesagt, ja, aber das macht ja Sinn. Guck dir den nochmal an und dann denkst du mal über ein paar Szenen genauer nach. Das ist so was. Naja, ich glaube, ich lasse es. Er guckt die nächsten Folgen nicht mehr. Da tust du dir vielleicht kein Gefallen. Ja, also ich glaube schon, dass Leute, die einfach jetzt weder beim MCU noch so ein bisschen Ahnung, sag ich mal, haben von der früheren Geschichte des Fernsehens, dass die dann schon wahrscheinlich da vorsitzen und sich denken, was soll das? Aber vielleicht ist es ja wirklich so, dass es dann irgendwann Wandel gibt. Also wir haben jetzt auch nur die ersten zwei Folgen gesehen. Du hast drei gesehen, wir wissen es. Ich habe die ersten drei gesehen, aber wir reden ja nur über die ersten beiden. Wenn ihr wissen wollt, was in der dritten Folge passiert, ruft mich an. Die Nummer wird unten reingeschrieben. Genau. Und 190. Wie liefst du es nun mal? Ruf mich an. Sofort. Man merkt, die sind klärt. Und der 90er anwesend. Ab ein Uhr wird es du es nun mal übrigens auch bei RTL 2 eingeblendet. Also schön anrufen. Okay, ja. Gut, kommen wir mal zurück zu Wanderwusch. Genau. Genug von meinem Nebenverdiensten. Die erste Folge. Gut, die erste Folge sind wir eigentlich dann somit durch. Er hört natürlich mit einem Cliffhanger, beziehungsweise hört es sehr wirrt auf, würde ich mal sagen. Wir haben ein Stück übersprungen, wo sie ihn irgendwie kurz davor ersticken zu lassen, Wander, und dann macht Vision diesen Heimlichgriff, dass er dann irgendwie in den Körper greift und das Stück, den er sich da verschlebt. Moment mal, der Heimlichgriff ist, dass du hinter dem Typen stehst und mit beiden Armen so ihm das Ding rauspressst. Nicht, dass du mit der kompletten Hand in seinen Kehlkopf reingehst und das Ding einfach rauspust. Ich wollte sagen, den Vision heimlichgriff. Er kennt es ja nicht anders. Ich wollte gerade sagen, das ist der Vision-Worsten davon. Ja, also diese ganze Szenerie, wo der Chef sich verschluckt, das ist eben das, was ich gerade eben schon sagte. Da wird die Folge dann plötzlich sehr szenjastisch. Da wird die Kamera plötzlich beweglich und ist ein bisschen konzentrierter auf den Figuren drauf. Und das war auch der Moment mit diesem Heimlichgriff, wo ich dann auch dachte, okay, irgendwas ist seltsam. Weil ganz ehrlich, wenn ich als Ehefrau sehe, dass der Arbeitnehmer meines Gatten einfach mal mit seiner Hand in den Kehlkopf reinfasst, ohne dass da irgendwas blutet oder so und dann irgendwie so ein Stück Steak rausholt, wäre ich irritiert. Ja, aber sie macht ja so, als wäre nichts gewesen, es ist gerade weiter. Ja, das ist richtig. In diesen Momenten hört auch die Sitcom-Lache auf. Ja, richtig. In der Situation, finde ich aber, sieht man auch genau, dass es eigentlich alles nur in ihrem Kopf vorgeht. Weil, warum reagiert Vision nicht von selber? Er könnte ja aufspringen können und er wartet, bis sie sagt, Vision, hilf ihm. Wisst ihr, was ich meine? Und das zeigt mir so ein bisschen, das ist alles in ihrer Hand. Das bewegt sich, aber das sieht man ja auch in den weiteren Folgen. Und die Folge endet ja quasi dann damit, dass dann alles ist gut, Chef und seine Gattin verlassen und sagt dann noch irgendwie Vision, ja, übrigens, ey, Beförderung ist so gut wie sicher, mein Freund. Und dann setzen sie beiden sich halt auf die Couch und zaubern sich halt noch Eheringe an ihre Hände. Und das war's dann, so im Grunde. Genau. Und er nimmt die Fernbedienung in die Hand und schaltet im Prinzip den Fernseher an. Und in dem Moment zoomt ja die Kamera raus und wir sehen, wir sind in einem Fernsehen. Also das Bild zoomt aus dem Fernseher raus und man sieht jemanden mit einer Fernbedienung vor diesem Fernseher sitzen. Ja, in Farbe. Mit so einer futuristischen. In Farbe und mit so einer futuristischen Fernbedienung, mit so einem silbernen Rädchen und so. Und wer dann immer noch dachte, hä, ich dachte, das ist eine alte Sitcom, der hat sich dann wahrscheinlich auch gefragt, warum ist der Abspann so futuristisch und bunt? Ja, ja, genau. Ich finde, dass auch in der Abspann schon sehr, sehr viele Andeutungen sind. Ganz ehrlich. Ja. Ich will jetzt, wie gesagt, nicht spoilern, aber schon allein das Haus, wo explodiert. Ja, also ich fand den Abspann stilistisch echt toll. Den habe ich mir sogar jetzt immer angeguckt, weil ich den einfach so toll fand. Was ich vielleicht auch noch sagen möchte, ist, also eine Folge Wonder Vision geht, glaube ich, wenn man den Abspann abzieht und das Previously On, geht eine Folge vielleicht so 25 Minuten. 30 höchstens. Ja, also ich glaube, die zweite Folge ist, glaube ich, sechs Minuten länger als die erste, aber da kommt eben dieses Previously On noch davor. Ich finde, das ist eine gute Länge. Ja. Bündscht sich gut weg, würde ich mal sagen. Wenn man nur zwei Folgen hat, ist es halt ziemlich schwer zu bündchen. Ich denke aber, wenn das Tempo reinkommt, dann kann man da wirklich, dann hat man dann wirklich einen 4, 5 Stunden überlangen Marvel-Film und ich denke, spätestens dann werden die Marvel-Fans, die Hardcore-Fans, die jetzt noch nicht raffen, irgendwie ansatzweise befriedigt oder sagen, ach mein Gott, was ist denn das für ein experimenteller Scheiß? An alle MCU-Fans da draußen, keine Sorge, der Patrick hält euch nicht für blöd. Nein. Er mag euch nur nicht. Ich bin ja selber so ein Marvel-Fan. Sorry. Wenn ihr übrigens Patricks Privatadresse haben wollt, ruft mich an. Und das am besten. Zwei Uhr morgens beim Stu. Ja. Das wär's mir wert. Gut, also so endet die erste Folge. Und jetzt springen wir, oder habt ihr noch was zur ersten Folge zu sagen? Habe ich da irgendwas vergessen? Äh, nö. Also mir fällt jetzt spontan nichts ein. Also in der ersten Folge war jetzt auch noch nicht so viel Erwinnswertes. Also es hielt sich in Grenzen. Dafür, dass es 25 Minuten ging, war da schon gut Information drin, aber es war auch noch leicht gesättigt, sag ich mal. Leichte Kost. Leichte Kost, ja. Genau. Dann springen wir hier jetzt in die zweite Folge. Die zweite Folge fängt an in einem Comic-Stil. Nee, erstmal das Previous On, ne? Erstmal hat man einen kleinen Rückblick, was in der ersten Folge passiert ist. Und dann springt das Ganze in Comic-Figuren um und hat so einen kleinen Comic-Figuren-Intro. Ja, das sollte auch erwähnt werden. Die haben halt wirklich für jede dieser Sitcoms einen eigenen extra Vorspann mit einer extra Titelmelodie gemacht. Und auch da muss ich sagen, Chapeau, weil auch die 60er-Rassist-Sitcom haben sie wirklich perfekt getroffen. In allen Bereichen. Ja. Und dieser Comic-Intro von der zweiten Folge hat mich wieder stark erinnert an Bezaubernde Genie. Da sogar noch mehr. Weil dieser animierte Stil, das war echt wie so ein klassisches Sitcom-Intro. Ja, passt auf. Nach der neunten Folge wissen wir dann plötzlich, okay, das hatte keine tiefere Bedeutung alles, was wir gesehen haben. Marvel hat einfach nur ein Remake gemacht von Bezaubernder Genie. Bezaubernder Vision. Punkt. Ja, ja. Das kann gut sein, ja. Ja. Und hier übt Vision zusammen mit Wanda dann direkt erst mal am Anfang einen Zaubertrick, der später noch eine größere Bedeutung in der Folge spielen wird. Ja. Wo ich mich gefragt habe, wozu braucht denn das bitte irgendwie doppelte Türen oder so, oder so eine Schiebetür oder Drehtür? Ihr seid zwei der stärksten Wesen auf dem Planeten. Das ist richtig. Wanda ist sogar eines der stärksten Wesen im MCU, beziehungsweise auch im Marvel-Universum. Oh, okay. Das ist neben... Das ist Pepper Potts. Ah, okay. Das ist die schärfste. Nee, Gott. Egal. So, genau. Man sieht am Anfang, wie sie diesen Zaubertrick einüben, weil es steht nämlich eine Festigkeit, eine Gala zur Gewinnung für die Kinder vom Ort. Und ich, also, wie genau... Ja, so eine Art Dorffest, halt einfach so ein Nachbarschaftsfest. Dorffest. Nachbarschaftsfest, das ist ja... Und die sammeln für die Kinder. Das heißt ja mehrmals in der Folge, für die Kinder. Denken immer an die Kinder. Doch, WandaVision. Wobei das ja auch wieder eine Anspielung ist auf das, was später passiert in der Serie. Aber wir greifen wieder vor. Genau. Genau. Und für diese Vorbereitungen, für diese Festlichkeit, treffen sie sich mit den Männern, beziehungsweise mit den Frauen vor der Nachbarschaft. Also, die Wanda trifft sich mit den Frauen in so einem Kreis, wo da eine sehr beherrschende Frau da ist, die alles unter ihrer Fittich hat. Also, man darf ja nicht falsch sitzen, ohne dass es heißt, okay, du bist raus aus dem Kreis. Du hast nur eine Stelle übersprungen, wo sie dann rausgeht und sie findet im Garten einen Spielzeughelikopter, der die Farben hat von Tony Starks Anzug. Ja, genau. Und der auch eben farblich auch gezeigt wird. Also, die Farbe des Helikopters ist vorhanden, was so mich erinnert hat an Pleasantville. Richtig. Ja, richtig. Oder auch an die Farbtropfer in Sin City, wenn da mal welche kamen. Ja, wobei Sin City ist von der Schwarz-Weiß-Optik noch um einiges gestilisierter und monochromer. Aber wie du schon gesagt hast, stimmt. Das kommt natürlich davor. Boah, ich dachte jetzt, das wäre danach gekommen. Aber nee, hast recht, das kam ja vor dieser Sitzung. Und sie läuft aus dem Haus raus und findet in ihrem großen Stock oder großen Hecke dieses Flugzeug. Genau. Und dann geht's aber dann zu diesen Treffen. Genau. Mit der Nachbarin, die verdammt oft zu sehen ist. Ich glaube auch, dass die eine größere Rolle spielen wird. Namentlich ist sie sogar eigentlich die Patentante von Reed Richards' Kindern. Also von Sue und Reed Richards in den Comics. Also könnte man da ahnen, entweder wird sie irgendwie noch Antagonist werden oder sie könnte vielleicht die Nanny werden für die später kommenden Kinder. Irgendwas in der Richtung. Ist natürlich offen, was da noch passieren könnte, richtig. Ich habe auch ganz zeitig gedacht gehabt, dass es so eine ähnliche Funktion hat wie bei der Truman Show. Dass es eine Person ist, die auf sie aufpassen muss irgendwie. Ich habe es auf jeden Fall auch in der ersten Folge, da gab es so eine Stelle, da hat Vision mit Wanda telefoniert. Und im Hintergrund war sie und hat Wanda irgendwie dazu gebracht, so bestimmte Sachen zu sagen. Und dadurch hat sie auch sich erst mal in ihre Dessous oder was auch immer geschmissen und wollte erst mal Vision verführen. Hat dann aber den Mr. Hart dabei erwischt, weil die Bude halt dunkel war. Weil ich denke, sie will Wanda vielleicht in irgendeine Richtung manipulieren. Ja, das ist ja das, was ich meine, dass sie so eine Funktion hat wie bei Truman Show. War ja auch der ein oder andere Schauspieler drin, der den Truman immer hat irgendwie in eine Richtung lenken wollen. Das kann schon durchaus sein, dass die Frau die gleiche Funktion hat, ja. Ja, und Vision war dann bei den Männern, bei der Nachbarschaftswacht. Ah nee, da war vorher noch die Szene mit dem Bett, ne? Ja, stimmt. Warum er dann zu... Ja, stimmt. Warum er überhaupt zu der Nachbarschaftswacht gegangen ist. Das ist ja auch ganz, ganz, ganz schön. Sie liegen halt in getrennten Betten, wie man das ja angeblich damals getan hat. Und es gibt ein seltsames Geräusch und natürlich Vision als Mann macht natürlich einen auf, ich bin hier der Macker und verkriecht sich aber dann ganz schnell ins Bett, als das Geräusch dann erneut auftaucht. Und dann ist es aber nur ein, ja, ein Ast des Baumes, der vorm Schlafzimmerfenster steht und durch den Wind halt eben gegen das Fenster peitscht. Es war auch eine schöne Szene, wie ich finde. Wobei ich fand, dass dieses Geräusch von diesem Ast, wo es gegen das Fenster knallt, sich nicht angehört hat wie ein Ast gegen das Fenster. Das stimmt. Irgendwie mehr so metallisch, als würde irgendwie von außerhalb gerade viel Krach machen und sie würde es halt im Unterbewusstsein als Baum gegen das Fenster. Oder auch symbolisch irgendwas, das da gerade an der Realität kratzt. So kann das eher, wie so dieses Tafelkratzen, so ein bisschen habe ich das empfunden. Ja. Weil später im Verlauf kommt ja so ein ähnliches Geräusch nochmal vor oder ziemlich am Schluss und, aber jetzt greife ich wieder vor. Naja, gut, wir sind jetzt also bei der Nachbarschaftswacht, wo der Vision sich mit den Männern der Nachbar, der Nachbar oder die Nachbarn sich trifft und die besprechen erstmal gar nichts. Die machen einfach nur Floskeln oder veräppeln die Leute, die halt in der Nachbarschaft leben. Und da haut Vision dann einen Satz raus und hier der, wie war der Name von seinem Nachbar? Ich weiß es gerade. Ich weiß es auch nicht mehr, aber du meinst den Schwarzen, ne? Ja. Wo er noch sagt, der und der ist Kommunist und dann lachen sie alle. Ja, am Anfang wirkt er halt echt wie der Streber in dieser ganzen Gruppe und dann versucht er so ein bisschen aufzutauen und erst mit dieser Kommunisten-Behauptung fangen sie alle an zu lachen. Davor wird er wirklich wie der Freak im Raum angeglotzt und er sagt dann so Sachen wie, ich esse nichts, nichts zwischen den Mahlzeiten, wie er sich dann immer korrigiert und er wird die ganze Zeit total kritisch angeguckt, bis er dann anfängt, den Kaugummi zu kauen, beziehungsweise ihn verschluckt und dadurch werden seine Funktionen so ein bisschen gelähmt. Und auch für den weiteren Fälle auf der Folge. Der Nachbar heißt Herb. Herb, ja. Okay. Ah. Ja, aber wie er jetzt genau da draufkommt, dass es ein Kommunist sein soll, vielleicht war das auch wieder irgendwie eine Anspielung auf irgendwas, was in der realen Welt passiert. Naja, die 60er-Jahre waren ja auch noch die Zeit des Kalten Krieges. Von daher glaube ich, das kann auch... Also natürlich, es gibt garantiert irgendeine Interpretationsmöglichkeit, dass das auch wieder irgendwas bedeutet, und was da hinter den, in Anführungszeichen, Kulissen passiert. Ich für meinen Teil, wie gesagt, ich bin hier der Trottel aus der Runde, war das einfach so ein zeitgenössischer Witz. Also für die damige Zeit zeitgenössisch, nicht für heute. Das kann schon gut sein. Aber waren nicht auch die Hydras-Kommunisten? Waren das nicht eher Nazis? Das muss Patrick sagen. Ja, das waren Nazis. Ah, stimmt, waren Nazis. Richtig, richtig. Ja, nein. Das Marvel-Universum hat auch diverse Leute aus Russland, zum Beispiel Black Widow, die von Russland aus infiltrieren wollen. Aber Hydra, das waren überwiegten Nazis. Da kannst du nicht mit Kommunisten kommen. Ja, ja, stimmt. Stimmt, stimmt, hast du recht. Ich glaube, das ist die größte Beleidigung, die du einem Nazi geben kannst, wenn du sagst, du bist doch Kommunist. Ja, das stimmt natürlich. Naja, ich komme, glaube ich, gerade auf Hydra wegen der Werbung, wo da noch eingespielt wird in der Folge. Mit dem Baron von Strucke. Genau. Man sieht nämlich in der Folge wieder eine Werbung, so wie in der ersten Folge schon mit dem Toaster, und zwar über eine Armbanduhr von Baron von Strucke. Und unten sieht man halt das Hydra-Zeichen. So wie Armani oder Rolex oder wie es alle heißen, ist da halt das Zeichen von der Hydra. Kurze Frage. Glaubt ihr, dass es dann auch in dieser Welt von Warner Vision auch billige Imitate aus China gibt von solchen Uhren? Die heißen dann irgendwie Hydro? Hydro? Das kann schon sein. Hydro oder es fehlt ein Kopf im Zeichen. Ja, aber gerade die Erwähnung von Strucke hat bei mir so das ausgelöst, dass sie auch Sachen von früher verarbeitet. Die war ja eine Zeit lang mit ihrem Bruder, den Quicksilver, bei Baron von Strucke, der damals noch von Thomas Kretschmann sehr kurz gespielt wurde, gefangen, bis sie dann irgendwann ausgebrochen sind. Richtig, und da ergibt sich auch wieder die Uhr dann, wie das denn? Weil die waren ja eine Zeit gefangen. Steht ja, eine Zeit gefangen. Deswegen die Uhr als Symbol und halt Strucker und Hydra. Das hat auch für mich sehr viel Sinn gemacht, dass sie da irgendwie jetzt die Vergangenheit verarbeiten will. Ruhe. Sehr schön. Ja, ich sag dir bei nichts mehr. Ich fühl mich hier so ein bisschen wie der Trottel vom Dienst, deswegen. Naja, was ich auch interessant fand, als die bei den Mädels ist, die Wanda, auch bei dieser elitären Frau, da kommt ja auch eine farbige Person dazu, die bei ihrem Namen erst mal sich überlegt. Und da geht dann eben das Gerücht, das ist Monika Rambeau. Also wer das nicht in Erinnerung hat, Monika Rambeau war dieses kleine farbige Kind, dass Captain Marvel dabei geholfen hat, diesen Anzug zu gestalten. Und dass die jetzt mittlerweile, weil ja einige Jahre vergangen sind, bei S.H.I.E.L.D. eventuell ist und da auch eine größere Rolle spielen wird. Ja, sowas kam ja auch in den Sinn, als ich den Namen gehört hatte. Ja, es war schon auffällig, wie lange sie dann gebraucht hatte, um ihren Namen zu sagen. Ja, da gebe ich dir recht. Ja, auch auf dem Zusammentreffen von Wanda mit den Frauen aus der Nachbarschaft passiert ihr dann auch noch was. Und zwar geht ein Glas... War es ein Glas? Ähm... Es war ein Glas, gilt ja zu Bruch. Hier überschneiden sich sogar zwei Szenen als Vision, den Kaugummi verschluckt. Da spricht er auf einmal durch diesen Wecker, die Realität wird wieder zerkratzt. Und diese Frau, die zerbricht da bei der Platz dann aus Versehen das Glas in der Hand und die fängt an, rot zu bluten, weil auch sie auf einmal merkt, irgendwas stimmt da nicht. Richtig. Genau, und gerade das, dass in dieser Szene dann das Blut wieder rot ist und an der Hand sich ja geschnitten hat, das ist auch wieder so... Das sind so Andeutungen, wo man ganz genau weiß, eigentlich das hat alles mit der Vergangenheit aus den alten Filmen zu tun. War es nicht so in den alten Filmen, dass sich hier... Wer war das, wo er sich geschnitten hatte? War das nicht sogar ihr Bruder, wo er sich an der Hand geschnitten hatte? Quicksilver? Kann gut sein. Ich glaube, es war Quicksilver, der sich in die Hand geschnitten hatte. Ja, aber wenn, ist es ja in Age of Ultron passiert. Das ist ja erwiesenermaßen der langweiligste Avengers-Film. Von daher ist es okay, dass man... Neben Iron Man 2. Genau. Dann kamen wir dann schon zu dem Fest, oder war da noch was? Ich will es hoffen, denn das Fest war für mich das Highlight der ersten beiden Folgen. Ich überlege gerade, war noch was vor dem Fest? Ja, sie näht sich halt die Wunde selber, also Wanda will ihr helfen, und dann sagt sie, eine Frau muss das alles selber machen, quasi wie es damals so üblich war, dass die Frauen quasi alles gemacht haben, und die Männer haben sich dann biersaufend ins Eck gesetzt, wie sie es da auch quasi in der Folge machen, und haben den Frauen die ganze Arbeit überlassen, also die ganze Organisation. Ja, richtig. Aber ich glaube, da war dann nichts mehr. Dann kamen wir dann zu dem Fest, richtig? Ja. Genau. Und in dem Fest, das war ja... Das kann am besten das du, der freut sich ja schon ganz weit auf das Fest. Also, Wanda und Vision haben ja, wie wir wissen, so eine Art Zaubernummer vorbereitet, und es kommt dann einfach dazu, dass sie diese vorführen. Das Problem ist aber, dass Vision, mit dem stimmt irgendwas nicht. Der agiert, als wäre er betrunken. Und da muss ich wirklich großes Lob aussprechen für Paul Bettany, der das hervorragend macht, einfach hinreißend. Ich habe mir diese Szene wirklich zweimal angeguckt, weil ich sie so amüsant fand, wie er da, ja, trunkend, so wirkt es zumindest, halt agiert. Und es gab wirklich einige sehr, sehr, sehr schöne und amüsante Szenen. Wobei, das sollte man auch natürlich erwähnen, er dann sehr offensiv und sehr offenkundig mit seinen Fähigkeiten umgeht, was den Anwesenden meistens egal ist, oder sie kriegen es irgendwie nicht wirklich mit, was natürlich noch mal unterstreicht, irgendwas stimmt hier nicht. Wie er dann auch torkelt und das Bein so hinter sich herzieht. Ja. Ja, er hat das richtig klasse gespielt. Und auch, wo er dann gegen den Pfosten stößt und dann, sorry, ladies. Also entweder kann Paul Bettany wirklich hervorragend betrunken spielen, oder er hat sich vom Dreh wirklich einen angepichert. Wäre beides eine gute Leistung gewesen. Also im Fall hätte er sich betrunken, dass er dann noch so gut agiert. Ja, aber im Falle von Charlie Sheen wissen wir ja auch, dass bei manchen Leuten das Betrunkensein völlig egal ist. Die spielen so, wie sie spielen. Es sind ja keine Kinder vor Ort, deswegen wird es da nicht aufgefallen sein, die Fahne. Also was zum Beispiel großartig ist, ist dieser eine Moment, wenn er diesen Herb dann irgendwie, hier zieh eine Karte, dann tue er sie zurück ins Deck und dann ist das deine Karte. Nein, ist das deine? Also das ist natürlich ein Gag, der sehr alt ist und den haben wir auch schon tausendmal gesehen, aber der lebt einfach von der Mimik und Gestik von Paul Bettany herausragend, wirklich. Wo er dann selber kurz mal nicht peilt, hm? Was? Das ist sie. Was ist was? Das ist meine Karte. Ach so, ja, ja. Ach so. Egal. Ja, ja, ist richtig. Der spielt da richtig gut. Ich habe ja gerade eben gesagt, dass die Zuschauer gar nicht so richtig registrieren, dass der irgendwie gerade mit seinen Superkräften umzugangen ist. Das ist so nicht ganz richtig. Wanda tut ja alles dafür, dass wenn er irgendwann mal wieder seine Kräfte zeigt, dass sie dann so eine Erklärung darbietet. Zum Beispiel, wie konnte der jetzt das machen? Und dann zeigt er, ja, ja, hier ein Spiegeltrick. Und dann sagt, glaube ich, einer der Anwesenden da, funktionieren so eigentlich Spiegel? Ja, richtig. Oder auch, wie Vision das Klavier anhebt. Und dann macht sie daraus auf einmal eine Pappkulisse und der eine sagt, ey, Mann, das war mal ein Klavier. Ja. Richtig, genau. Ja, auch wo er anfängt zu schweben. Man sieht ja anhand der Reaktion von den Leuten, äh, was ist denn jetzt los? Und dann braucht es ja schon eine Weile, bis sie das Seil hinzaubert. Und in dem Moment, wo das Seil dann da ist, die Leute so, ah, ja. Wobei da ja schon eine Zeit vergangen ist und man eigentlich hätte sehen können, dass da gar kein Seil ist. Also von daher ist diese Reaktion von den Leuten ist schon sehr seltsam. Ja, halt genau wie dieser Spiegeltrick. Ich meine, solche Tricks können mit Spiegel funktionieren. Nicht aber, wenn die Spiegel die ganze Zeit hinter Vorhängen sind. Hinter Vorhängen sind, ja, genau. Vor allem ist es gut, dass er ein Android ist, so wie der gehangen hat. Das hat für manche Genickbruch bedeutet. Ja. Das ist wahr. Auch später mit dem Schrank, wenn sie ihren eigentlichen Zaubertrick vorführen, mit diesem Schuh, äh, nicht Schuhschrank, Quatsch. Mit diesem Schrank. Ein Schuhschrank. Wo sie ja, ein Schuhschrank wäre ein bisschen klein. Du reduzierst sie schon sehr drauf, dass er eine Frau ist. Ja. Ja, was ist das Erste, was man an eine Frau, äh, was man als erstes denkt, wenn man an eine Frau denkt? Schuhe. Nein. Ich distanziere mich von dieser Äußerung meines Kollegen deutlich. Wie hieß du nochmal? Elbanty? Naja. Jedenfalls funktioniert der Trick ja nicht. Und dann verlangt das Publikum ja nach jemandem im Schrank. Wer ist in diesem Schrank? Wer ist in diesem Schrank? Und da zaubern sie dann auf einmal diese schwarzhäutige Dame. Die Monica Rambeau nennen wir sie einfach jetzt so. Richtig. Die zaubern sie ja dann in diesem Schrank. Und sie selber weiß ja auch gar nicht, wie bin ich jetzt hierher gekommen. Aber es ist ja auch relativ egal. Die verbeugt sich dann. Also die reagieren alle dafür, dass da einer den Mann in den Kehlkopf greift, dass da ein Typ einen Hut durch sich steckt. Reagieren sie relativ seltsam. Seltsam da drauf. Daran merkst du auch, dass das nicht wirklich real sein kann. Richtig. Jedenfalls denken die zwei, also Wanda und Vision dann, dass sie es total verbockt haben und jetzt in der Nachbarschaft hier die Buhmänner sind und wollen abhauen und schleichen sich davon. So. Und dann werden sie aufgehalten von dieser Dame, die sich selbst genäht hat. Ich habe den Namen leider nicht parat. Werden sie ja dann aufgehalten und so stopp. Und dann denken sie schon, hier, jetzt kriegen sie eins auf den Deckel. und dann kriegen sie gesagt, dass es der witzigste Auftritt war, den sie seit langem hier gesehen hatten und gewinnen dann das ganze Ding noch. Für die Kinder. Für die Kinder. Den Pokal für die Kinder. Da freuen sie sich jetzt drüber. Genau. Und jetzt kommen wir nämlich auf den Punkt, warum die ganze Folge eigentlich immer dieses für die Kinder im Hintergrund war. Weil man hört ja in der Folge ziemlich oft für die Kinder. Weil sie sind ja am Schluss dann wieder bei sich im Haus. Hinter der Couch stehen sie. Umarmen sich. Und dann sieht man das Bild wieder im Breit. Also im Weiten. Und man sieht, dass sie einen Babybauch hat. Genau. So. Wie funktioniert das so schnell? Stu hat darauf eine Antwort. Er kennt die Antwort. Weil er hat die 0190er-Nummer. Er kennt alle Antworten. Nein, Stu kennt die Antwort nicht. Aber Stu kennt halt die dritte Folge schon. Aber da ich die jetzt nicht spoilern möchte, werde ich nichts dazu sagen. Ah, okay. Also ist das auch ein Verweis dann eher auf die dritte Folge? Die Thematik Babybauch ist sehr wichtig in der dritten Folge, ja. Okay. Aber da habe ich ja auch schon angedeutet mit den Toasts. Da kamen auch zwei raus. Und sie, wie man es in den Promofotos sieht, sie bekommt auch Zwillinge. Ja, bei einem Comic, genau. Aber kurze Frage, kennst du irgendeinen Toast, wo nur eins rauskommt oder drei? Deswegen hatte ich das nämlich auch nicht so gedeutet, weil für mich ist das eigentlich normal, dass da zwei Toasts rauskommen. In welcher Welt liegt Patrick? Vielleicht ist Patrick derjenige, von uns in so einer Art Traumwelt wohnt. Oh, schöne Theorie. Danke. Meter, Meter. Ist mir spontan eingefallen. Ja, Patrick, fahren Sie fort. Ja, ich war schon ruhig. Wollte gerade eben was sagen. Ach so. Ja, ach so, du wolltest erklären, warum. Nee, das hatten wir auch schon. Verdammt, jetzt habe ich. Und jetzt hat hier Marco den Korummi ein bisschen zu sehr im Schaltkreis. Ja, genau. Den habe ich jetzt im Schaltkreis. Stimmt, sie zaubert ja dann noch den Korummi aus ihrem, aus seinem Inneren raus. Ich finde das auch lustig, wie das mit dieser Cartoon-Sequenz da gezeigt wird, dass da ein Korummi drinsteckt. Auch so richtig. Mit den Zahnrädern. Ja. Ja. Aber das erklärt dann auch wieder das Intro mit diesem Comic-Look. Weil das Intro war ja in diesem Comic-Look und dann macht es ja auch Sinn, dass man sein Inneres praktisch als Comic-Figur wahrnimmt. oder sieht. So, war die Szene, wo der Farbwechsel ist, vor dem Rückspulen oder nach dem Rückspulen? Der war nach dem Rückspulen. Davor gehen sie halt raus, weil sie mal wieder was hören. Und dann krabbelt ein Mann mit einem Schutzanzug aus der Kanalisation und er hat ein seltsames Logo auf den Rücken. Wanda ist das nicht so ganz geheuer. Und sie drückt quasi die Rückspultaste und sie stehen wieder zu derselben Sekunde im Haus, als sie die Botschaft mit den Kindern bekommt. Genau. Und sie sagt noch, ist das alles wahr? Und er sagt ja. Das ist ein ganz wichtiger Satz, finde ich. Weil der Satz kommt nämlich vor dieser Szene, wo sie zurückspult und auch dann nochmal nach dem Rückspulen. Ist das denn alles wahr? Und er sagt ja. Und dieses Symbol soll ja anscheinend noch eine größere Rolle spielen und auch die Realität immer wieder mal ankratzen, dass da Leute mit diesem Symbol wahrscheinlich öfter auftauchen oder das an Wände geschmiert ist. Ich weiß es noch nicht. Ja, das können wir jetzt im jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Du kannst sagen, aber er wird es nicht. Nein, ich will, das habe ich ja nur aus dem Bücher-Universum, sage ich jetzt mal. Da gibt es da eine Variante zu diesem Symbol. Ich weiß aber halt noch nicht, wie weit sie es in dieser Serie verflechten. Deswegen will ich da jetzt nicht irgendwas hinaushauen und später heißt es, der hat aber damals gesagt, warum? Oder, ach, der Typ hat uns die halbe Serie gespoilert. So ungefähr. Deswegen halte ich mich schön zurück. Dafür bin ich ja hier. Also in der dritten Folge taucht der unglaubliche Hulk auf. und hat zusammen mit Ant-Man vor, einen Kindergarten aufzumachen. Okay. Sehr schön. Und als dann der Fernseher wieder abgeschalten wird mit dem Abspann, dann sagt die Stimme hinter der Fernbedienung Wunder, was machst du da jetzt eigentlich? Irgendwie sowas in der Richtung. Und dann kommt der Abspann. Ja, aber er verändert sich ja noch. Das hattest du jetzt übersprungen. Ja, ja. In dem Moment, wo Siak Sagt bekommt oder er zu ihr sagt, ja, das ist alles wahr, dann dreht sie sich ja einmal im Raum und der ganze Raum erleuchtet dann oder verändert sich in Farbe. Ja, sie küssen sich und dann erstrahlt auf einmal alles in Farbe. Genau. Und dann kommt diese Abspannszene. Ja, und weiterhin mal nicht geguckt. Aber ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bin richtig hier wie auf heißen Kohlen. Und man kann jetzt sagen zu den zwei Folgen, sie sind vielleicht langweilig, so wie ein Kumpel von mir das ja gesagt hatte. Aber mich hat es jetzt ehrlich gesagt angefixt. Ich bin schon gespannt auf die dritte Folge. Ey, von mir hat das auch ein Kumpel gesagt. Deswegen habe ich gesagt, manche Marvel-Fans, ich habe euch nicht angegriffen, es bezog sich auf so ein paar, die ich kenne, die davon richtig gelangweilt waren. Also Marvel-Fans, ich hasse euch nicht. Tut er doch. So, und Stu war der Einzige, der die dritte Folge schon gesehen hat. Freust du dich auf die vierte oder bist du schon nach der dritten so ernüchternd, dass du sagst, es geht nicht in die Richtung, wo ich mir vorgestellt habe? Also, ich hatte keine Erwartungen. Überhaupt gar keine. Ich hatte halt im Vorfeld schon diese ganzen Trailer-Teaser und Bilder halt gesehen und war mir schon klar, okay, die spielen halt mit irgendeiner Sidscom-Welt. Hätte aber nicht gedacht, dass sie das so konsequent verfolgen. Und war jetzt nach der zweiten Folge sehr dankbar, die dritte auch gleich sehen zu können. Und so viel kann ich sagen, ich finde, dass die ersten drei Folgen, oder anders gesagt, die dritte Folge endet so, dass bei mir die Vermutung halt wächst und dass die ersten drei Folgen eine Art Prolog sind. Ob das das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber ich war wirklich sehr angetan von den ersten zwei Folgen und auch von den ersten drei Folgen. Es muss sich natürlich zeigen, wenn sie dieses Sitcom-Konzept weiterverfolgen, ob das da nicht irgendwann ein bisschen langweilig wird mit der Zeit. Aber die Serie hat ja nur neun Folgen, 25 Minuten. Und ich bin mir sehr sicher, dass in den späteren Folgen wahrscheinlich diese Sitcom-Welt auch mal verlassen wird. Von daher sehe ich positiv optimistisch in die Zukunft, was diese Serie betrifft. Okay. Weil wenn man das so sieht, jede Dekade hatte ja im Prinzip seine eigene Sitcom-Formel. Wenn ich mich an die 90er zurückerinnere mit Will Smith, hier Fresh Prince von Bel-Air und so. Und jetzt hatten wir am Anfang die 50er-typische Sitcoms. Da bin ich schon gespannt, wie es jetzt weiterläuft. Also das kann ich verraten. In der dritten Folge sind es da die 70er. Uh, die wilden 70er. Ja. Da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Ja. Ich denke auch nicht, dass sich dieses Konzept über alle Folgen so tragen wird. Deswegen werden die letzten drei Folgen dann wahrscheinlich so die versöhnliche Action sein. Für die Fans, denen das dann zu viel wurde oder vielleicht sogar für uns, für die sich dann das Konzept dann nach sechs Folgen ein bisschen erschöpft hat. Bisher bin ich aber auch noch angetan, vor allem dieses Konzept, dass dann auch immer wieder die Realität angekratzt wird und sich das von einem anfangs harmlosen Ding immer mehr ins Mystery-Genre steigert. Ja. Also ich bin auch erstaunt und vor allem hat dieser Serie wahrscheinlich wirklich gut getan, dass wir eine Pause jetzt zwischen diesen Marvel-Filmen hatten. Mich hat sogar gefreut, dieses Marvel-Intro wieder zu sehen. Ja, das ist richtig. Da muss ich dazu auch sagen, ich habe ja auch wirklich jeden Marvel-Film im Kino gesehen und irgendwann, ich gucke die Filme unheimlich gern, so ist es nicht. Und man ist aber doch irgendwann so, okay, irgendwie sind die Filme thematisch immer irgendwie gleich. Und so, dass wir jetzt ein Jahr zwischendrin hatten, wo mal gar nichts kam, ist man so wirklich wieder heiß drauf. Also ich bin so richtig scharf drauf, wieder so Marvel-Filme. Und gerade dieses Marvel-Intro, als ich das wieder gesehen hatte, saß ich da so, ja, es geht weiter. Ja, Phase 4. Geben wir nicht am Schluss noch eigentlich eine Bewertung ab? Wie ist sich für den Recap gehört? Doch, macht man im Recap eine Bewertung? Dann machen wir das so. Ja, haben wir bisher immer so gemacht. Okay, dann machen wir das so. Dann, Patrick, weil du es vorgeschlagen hast, haust du als erstes aus. Aber welche Punkte vergeben wir denn? Geben wir den Stein von Vision. Oder Kaugummis. Oder Kaugummis, genau. Wir geben Kaugummis, komm. Kaugummis, die das Zahnrad. Oder auch Karten. Nee, Kaugummis. Also ich fand, die ersten beiden Folgen waren durch diese Erwartungsuntergrabung angenehm erfrischend. Ich hatte Spaß damit. Da ist zwar noch Luft nach oben, aber wenn man das jetzt mit den letzten Marvel-Filmen vergleicht, war das wirklich mal was Neues. Zumindest fürs MCU. Deswegen gebe ich da drei von fünf Kaugummis. Ich fand es auch wirklich jetzt ehrlich gesagt nicht langweilig. Wirklich ehrlich gesagt. Oh Gott. Ich kann mich da, Patrick, anschließen, bis auf die Kleinigkeit, dass ich noch einen halben Punkt mehr sprengen lasse. Also 3,5 von fünf Kaugummis. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, was da jetzt auch uns zukommt. Es kann nach hinten losgehen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass vielleicht Wonder Vision mich wirklich auch insgesamt positiv überrascht, wenn es dann mit der neunten Folge dann in ein paar Wochen aufhört. Okay. Und ich habe hier 80 Pfennig. Ich gerne einen Kaugummi-Automat, schmeiße den ersten rein, den zweiten und dritten kaum raus und der vierte ist stecken geblieben. Also ich bin auch bei 3,5 Kaugummis und bin da total mit euch übereinstimmt. Also ich finde auch, dass es ein schöner Auftakt ist, dass die Serie schön gemacht ist. Auch qualitativ fand ich es schön, weil es hat sich jetzt nicht billig angefühlt. Also klar, es hat nur dieses Schwarz-Weiß-Setting, aber trotzdem fand ich es sehr hochwertig, muss ich jetzt sagen. Was wir jetzt noch alle nicht gesagt haben, dieses Szenario fühlt sich auch nicht zu gewollt an, sondern wirklich wie eine liebevolle Hommage. Ja, richtig. Genau, und in dem Sinne ist eigentlich alles gesagt. Und ich freue mich schon auf die dritte Folge. Dito. Die sehen wir dann nächsten Freitag und danach kommt dann auch direkt wieder ein Recap über die dritte Folge. Ich denke, Patrick wird wieder am Start sein. Jo. Hast du? Weiß noch nicht genau. Mal gucken. Wir haben da so eine leicht wechselnde Besetzung, weil es ist eben endlich mal wieder Mavisch-Dorf. Deswegen haben da mehrere Redakteure bei uns in der Gruppe ihr Interesse bekundet. Deswegen wird das ein bisschen durchrotieren. Aber ich freue mich schon auf die nächsten Besprechungen. Auf jeden Fall. So, Patrick und Stu, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr Zeit gefunden habt, hier mit mir zu sprechen. Und wünsche euch dann noch einen schönen guten Abend. Und jeder, der zugehört hat, einen schönen guten Tag oder schöne gute Nacht, je nachdem, wann ihr es hört, in diesem Sinne. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, ciao. Trumf mich Arsch. Gute Nacht. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit, wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte. An jeden, von denen Sie glauben, unser Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne verlassen können auf den Social Media Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen. Bitte nutzen Sie die Bitte. Und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals. Und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate-Links zu nutzen, die Sie in den Show Notes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.